Willkommen zurück zu Spyro. Okay, The Legend of Spyro. A new beginning. Weil ich grad Spyro... Äh, will Legends of irgendwie so sagen, keine Ahnung. Jedenfalls, ich hatte fast zwei mal einen Herzinfarkt bekommen. Ich hatte ja noch die neueste Memory Card drin und ich hab mich gewundert, warum zeigt er mir den Spieladen nicht dann? Ja, ja, Voltia, ich sehe schon, die Monate der Gefangenschaft konnten deine elektrische Zunge nicht im entferntesten verlangsamen. Das ist ja alles so aufregend, animierend, attackierend, ambitionierend. So, nimm doch mal jemand dem Typen den Thesaurus weg. Seid bitte, bitte alle mal still. Es ist zwar ermutigend, dass Spyro zwei von euch befreien und ein Wiedersehen ermöglichen konnte, aber haben wir da nicht wen vergessen? Ja, ja, natürlich, Terador. Genau. Wie machen wir also weiter? Ich glaube, ich kann helfen, Ignitus. Also, junger Freund, da du in Hochkap einiges über Eis gelernt hast, schlage ich vor, du begibst dich in den Trainingsraum, damit du noch mehr von mir lernst. Das Erbe der großen Eisdrachen von einst, meiner Ahnen, die vom Besten der Besten dieser etwas heruntergekommenen Linie abstammen, ist lang und berühmt. Mit meiner Hilfe kann Terador sicherlich gerettet werden. Deine Affektiertheit, Arroganz und Anmaßung sind äußerst... Kann man sich denn viel überspringen? Sie sind antagonierend. Ich habe das schon letzt mal gesehen. Und es hat sich lang gehabt, wollen wir? Ja, und dann hatte ich ja die andere Memory Card reingemacht, dann habe ich gemerkt, ah, das ist die allererste, die quasi voll ist und auch bis in seine Macken hat. Oh, ich habe echt bei beiden Schreck bekommen. Mann. Spyro, komm her. Okay, so geht die auf. Die Drehung, oh, Mann, ey. Ja, ich hatte gerade die, ich hatte gerade Ramin 2 gespielt. Und da muss man die... Feuer und Elektrizität sind recht nette Spielereien. Aber nun wirst du die Geheimnisse des Eises erlernen. Eine Macht würdig der Besten. Darf ich jetzt reden? Aber nur weil da die Kameraperspektive, also, beziehungsweise die Kameradrehung anders ist, muss ich mich erst mal kurz umstellen wieder. Drücke und halte Fee-Eck-Gedrück, um die angreifenden Attrappen mit deinem Eisstrom einzufrieren. Greife sie im Nahkampf an, sobald sie eingefroren sind. Hallo? 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 Ja, ich komm schon. verfolgt die attrappen drück und hatte vier gedrückt um die attrappen mit seinen strom nein 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 das funktioniert einfach nicht ja du hast mir zu wenig zeit gegeben hallo ich weiß nicht dass man es gerade in der aufnahme gesehen hat es hat sich jedenfalls gerade aufgeahmt muss ich zweimal angreifen ach ja unendlich magie und schon noch einer noch einer noch einer nein ist das weiter versuchen es war so nah aber den habe ich auch schon längst besiegt man ja okay ich hab's versorgt ich habe einfach zu viel zeit gefressen ja beidig doch mal verstehe ich glaube mein ganzer rechner hat sich gerade aufgehangen ein bisschen mein aufnahmeprogramm hat sich auch kurz aufgehangen ja ja ich hab's ja auch ein blinder drache findet mal ein korn schön jedenfalls muss ich direkt gedrückt halten glaube ich um die mit eisbrocken zu trosten du musst zehn attrappen betreffen um die sexen zu bestehen ach die laufen weg sehe ich gerade mann schön dass dein kampfgeist groß ist und alle alle hier drüben halte beim erscheinen der einzelnen attrappen drei um sie mit deinem eisbrocken zu kosten du musst den attrappen und blablabla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok 2 9 ach so ich bin schon fertig ich weiß nur dass spyro irgendwas gesagt hat mann ich hasse sowas einfach was da Nachdem du die kleinen Attrappen besiegt hast, drücke R2, um die ankommenden größeren Attrappen mit deinem Eischwal zu besiegen. Ich werde aber wieder Eiskugeln machen. Come on! Awa MINE Alles gemeint. Ja, als ob. Aua. Seid ihr wahnsinnig oder so? Da greift keine Tiere, die zum Aussterben bestimmt sind. Oder wie heißt das? Au. Jetzt geht's los. Wir haben Winter. Du hast das Element Eis geweistert. Das schaffen nur wenige. Ja, ich auch halt. Boah, es ist wirklich nötig, dass wir wieder diese Quenze einzufügen. Das sind wir ja zum dritten Mal. Besser gesagt, zum sechsten Mal jetzt. Drei waren ja, obwohl es nach unten gegangen ist und dreimal, obwohl es nach oben gegangen ist. Pssst. Was genau meinst du damit, Ignitus? Ja, deine Hypothese ist faszinierend, aber auch äußerst verblüffend. Hä? Er sagt, er weiß nicht, wovon er da redet. Mann, ich verstehe echt nie, was er sagt. Ich will sagen, dass Cinder die Kräfte der Wächter nutzt, um ein Portal zu entriegeln, das nie geöffnet werden darf. Warum? Was ist hinter dem Portal? Schenken. Das ist jetzt nicht wichtig für dich. Wichtig ist, dass du nach Munition umkommst und Terrador befreist, ehe sie aus seinen Kräften einen weiteren Kristall schafft. Und ehe der Vulkan, äh, boom, äh, explodiert, das reicht, Voltier. Wir haben genug Zeit. Genug Zeit. Zeit? Wir brauchen noch mehr Zeit, um schreckliche Dinge zu erleben? Warum sind wir bloß nicht in Hochcup geblieben? Da bin ich wer. Hör auf zu meckern, Sparks. Vielleicht gibt es in Munition, um auch einen Stamm für dich zu retten. Ja, aber der erste Stamm, den man rettet, ist immer was Besonderes. Du weißt schon. Das ist typisch Sparks. Nomm herumholen, ne, weh, 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 weh. Große Klappe haben, herumholen. Und so weiter. Niemand sagt, dass er mitgehen muss. Munitionum ist eine Insel. Dort befindet sich der aktive Vulkan Ovi Gro, der das Leben auf der Oberfläche sehr schwierig gestaltet. Die Einheimischen wurden gezwungen, die Metalle abzubauen, aus denen Cinder die Waffen ihrer Armee schmiedet. Wie heißen die Einheimischen? Sie heißen Mann sind wir klein. Okay, muss ich das aufschreiben? Es heißt, dass Cinder Terrador irgendwo in den Minen festhält. Wir wissen, dass sie mit ihm den letzten Kristall antreibt, den sie zur Portalöffnung braucht. Befreit ihn, bevor ihr das gelingt. Oh, wie groß. Ja, sehr groß.